Und damit willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Ich hab grad gesehen, das war eine Einblendung von den Untertiteln, das Engineer Adams uns sehen möchte, deshalb... ...machen wir das direkt mal. Und beim letzten Mal haben wir nämlich... Oh Gott, das wird grad hier, geht hier grad durcheinander. Beim letzten Mal haben wir... Wir haben Javik geholt, den Proteaner aus dem From Ashes DLC. Wir haben die zwei hier wieder zurückgeholt. Kinder, remember the problem I mentioned, about a core overload, possibly venting into the engineering compartment? Daniels, Donnelly, Eadie, und ich haben wir brainstorming und vergleichbar notes. Du siehst, das Venting passiert, wenn IES Sinks sind in eine Back-Cycle. At dem gleichen Moment, der Haupt-Core ist in Peak-Draw, wie von Sustained-Kinetic. Was Kenneth bedeutet, dass wir ziemlich sicher, dass wir das System sicher machen können. Wir brauchen nur eine GX-12 Thermal-Pipe. Unfortunately, wir sind aus der Allianz-Supply-Chain. Können Sie einen Augenblick auf den nächsten Mal, wenn Sie auf dem Citadel sind, Commander? Ich habe die Spexen hier. Ja, natürlich. Ich schaue einen, wenn wir auf dem Citadel gehen. Danke, Commander. Und ansonsten, wir haben, genau, wir waren auf Manai, wir haben Garrus wieder im Team, was schon mal sehr cool ist. Und jetzt müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass die Kroganer und die Turianer zusammenarbeiten. Na, das nächste ist vom DLC, das machen wir noch nicht. So, hier gibt es, glaube ich, auch nichts, oder? Genau, hier gibt es nichts. Stimmt, irgendwie, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, als ich da noch extra, also ich hatte letztens die Aufgabe beendet und dann wollte ich noch extra tanken und dann war irgendwie aber schon wieder voll. Das war ganz komisch. 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 Ich habe meine eigenen Probleme. Die Reaperscouts haben auf Tuchungka gekommen. Also, warum sollte ich mich interessieren, wenn ein paar Turians nicht zuhren? Ich versuche, die Negotiationskarte zu machen, wird dich nicht mehr, Rex. Ich habe keine Zeit für das. Nur sagen wir, was du willst. Ich werde dir sagen, was ich brauchen. Eine Kürung für die Genophage. Nein. 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 Die Genophage ist nicht negotiabel. Nein. 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 Ich weiß nicht, dass sie eine Akademie bekommen haben. Es dauern Jahre, um eine Formulierung zu formulieren. Meine Information sagt nicht so. Ein Solarian-Scientist, Malin, hat eine Bewusstsein. Er war auf meinem Planeten, zu testieren, auf unsere Females. Ich erinnere mich. Seine Methoden waren barbarisch. Aber was du nicht wusste, ist, dass andere Females überlebt haben seine Erfahrungen. Also, die Dalatress hier senden in ein Team, um das ganze Messen zu schützen. Wo hast du das gemacht? Es könnte eine Fabrikation sein. Keine Entschuldigung. Das sind meine Leute. Sie sind von der Genophage. Und du hast sie zurückgebracht. Das ist mir sowas von egal, bis es dir nützt, Bitch. Was ist es wichtig? Palavin brennt gerade jetzt. Die Erde brennt gerade jetzt. Wenn es eine Kure dauert, um diese Allianz zu kümmern, dann ist das, was ich mache. Er ist richtig. Die schwierige Wahrheit ist, dass wir keine Wahl haben. Gib Rex, was er will. Oder wir werden uns nicht lange überlebt, um zu wissen, wer richtig oder falsch war. Die Females sind in einer unserer StG-Base auf Sarkash. Aber ich versuche dich, Commander. Die consequenten dieser Fall werden... Wir werden nichts, als was passiert, wenn die Reapers gewinnen. Wir werden die Females. Du stehst nicht auf Sarkash, das dauert Zeit. Es passiert jetzt. Als Konferenz-Spector, kann Shepard die Exchange überlegen. Wir gehen. Ich werde es nicht vergessen, Commander. Ein Bully hat wenige Freunde, wenn er sie am meisten braucht. Ich würde sagen, Yama und Javik. Javik benutzt auch kein primitives Avenger-Gewehr. Hallo, der benutzt sein Partikel-Gewehr. Und zwar damit... Dann wird das gelb. Also, ich kenne das, dass es dann rot leuchtet. Wovon war... Ich verstehe diese Farben gerade nicht. So, und... Komm, ich kriege doch noch die Acolyte. Brandmunition, Schockwelle, Fitness. Fitness brauche ich. Das ist die Slarien-Home-Welt. Wir gehen. Sie sind nicht zu sehen, Krogan hier. So, wir halten es einfach. Wir landen, kommen die Females, und verlassen bevor jemanden verändern. Ich glaube, noch nicht ein Wort sie sagen. Seien sie freundlich. Lass die Diplomation spielen, Rex. Du bekommst, was du willst. Diese Frauen sind die beste, und wahrscheinlich letzte Hoffnung für meine Menschen. Wir bringen sie zurück, Rex. Nehmt sich nicht. Ich empfehle das, Liara. Ich würde nicht jemanden für den Rett. Wollt ihr Angst? Wer ist das? Er ist ein Prothean. Ich weiß nicht, ob die Normandie ist ein Warship, oder ein Travelling Freak-Show. Aber so lange, er kann eine Females. Kommander, ich habe die Slarien-Base auf Sensor. Set sie her. Kommander, Slarien-Base-Ground-Control sagt, wir haben keine Erlektungen für landen. Sie sagen, die Dallatress selbst verabschiede. Ich wusste, dass sie niemals auf die Worte halten würden. Wir sehen, sie versuchen, Try to stop a Krogan airdrop. Rex! Wir haben eine Unabhängung. Und wer hat dich zu halten? Und wer hat dich zu halten? Halt! Halt! Komm! Das kriegen wir hin. Und wir. Aber du hast etwas wertvolles für Rex. Etwas wert zu sterben. Diese Sache kann sich zu erledigen, aber ich muss sagen, dass er unter Schutz bleibt. Na, gut ab hier, Rex. Ich kann das, Rex. Wenn alles falsch geht, dann alle Bents sind weg. Ich bin Paddock Wicks und ich empfehle deinen Verständnis, Commander. Mit Krieg auf alle Bents, unsere Menschen sind auf der Seite. Halt! Was ist das Containment-Schild? Ich hoffe, ich hätte nie einen von diesen wiedersehen. Die waren viel kleiner als in meinem Cycle. Wie ihr seht, diese Basis hat sensitive Informationen. Und Kroganerin. Und Kroganerin. Das betrifft, dass die Krogane verletzt werden? Die Frauen waren in schlechtem Gesundheit, als wir sie auf Montachanka gefunden haben. Sie wurden hier gebracht, um ihre Kondition zu stabilisieren. Dieser alte Planete schmeckt falsch. Ich würde sie sehen. Natürlich. Ich brauche dich um die höheren Level. Gib mir ein paar Momente und mich nahe am Elevator. Okay, wir können uns hier gerade mal kurz rumschauen. Das ist wo alle Salarians kommen, von? Kein Wunder, dass du so soft bist. Too busy writing poetry about waterfalls. Shepard. Ich mag das nicht. Ich sollte derjenige in sein. Wie sollst du hierbleibst und wir nur eine Warte auf einmal kämpfen? Das war einfach gut, old-fashioned Krogan hot air. Wenn es real gewesen wäre, wären sie tot. Idol-Treats sind empty-Treats. Vielleicht, wenn diese Krieg vorbei ist, kannst du zu Tuchanka leben. Sie fährt direkt in. Also, wer ist ein Insider? Wer tippt dich über die Frauen hier? Entschuldigung, Shepard. Aber sie hören alle Worte, die wir sagen. Ich mag meinen Salarian-Liver served raw. Besonders. Du denkst, das ist das Kind, das der Shadowbroker über ihn wusste. Too bad, dass ich ihn nicht weiß. Oder sie. Ich bin sicher, dass der Broker sehr beschäftigt war. Oh, dieser Hinweise, dass er es weiß. Obwohl ich mich dann auch frage, wie. Wobei doch, er könnte es wissen. Ich verrate mal nix. Wie läuft es denn auf Tuchanka? Ja. Ja. Das ist das. Aber du hast nie gegeben. Und diese Entschuldigung ist, dass sie sich aufzunehmen. Ja. Ich hätte gedacht, dass wir auf Vermeier hier stehen und das zusammenarbeiten. Die Kroger sind bereit, um die Reapers zu kämpfen? Ever since Sovereign showed up, I figured this day would come. My people have spent too much time selling ourselves out as mercenaries. Now we can get back to doing what Kroger do best. Saving everyone else from giant monsters. Kroger do enjoy reminding us about the Rachni wars, don't they? And the sorry, never let us forget, they're better looking. It's been good talking to you again, Rex. It'll be even better when we have a few Solarians for lunch. Man, Rex, kannst du nicht einfach mitkommen? Ich hätte dich gern wieder auf der Normandy. Na, mit ihm reden wir mal noch nicht. Ich glaub, hier gibt's noch ein paar Sachen. Zumindest irgendwelche Items, die wir finden können. Please don't touch that. As I said, Demander, don't touch that. Again, I would ask you to refrain from touching that. Perhaps don't touch that means something different in your language. I would rather not refer this matter to the Human Embassy. Touch it all you want. You'll never find out what it does. Are humans really so deprived of stimulus that they must insist on touching everything? I'm afraid if you keep touching that, you risk a diplomatic incident. Further manipulation of that object is grounds for further admonishment. Really? You must stop touching that. Once more, the Solarian Union formally revealed that you not touch that. Fine, if you are so enamored of that object, then I suggest you get your own faeces analyzer. We've already been down that road. No more. Als ob die erst nach zehn Sprüche dafür aufgenommen haben. Oh, hey! Good to see you again. Sounds like you've been promoted. Yes, due in no small part to our mission on Vermeer. Hold the line. You saved my men that day. It's nice to see you, Major. Same to you, Dr. Tassoni. It seems the Reapers have a way of bringing us together. Are the Solarians prepared for war with the Reapers? I've heard what they're doing to your Earth. I'm not sure any species can prepare for that. Though rumors suggest you're building a super weapon of some kind. Tun wir. This business with the female is part of it. I need the Turian support, and they need the Krogans. Which is why I never became a diplomat. Too much handholding. Leave it to the Dalatresses. I guess we're both still filling the effects of Vermeer. Yes, ironic. You destroyed the Genophage cure, yet now it's the key to an alliance. Your standoff with Erdnott Rex's legend within STG. Das war wohl... Das war kein richtiger Kampf, würde ich behaupten. I'm sure you saw Rex's entrance. Our colonies three systems away saw it. Yes, and he's rather angry about the security arrangements. Apologies. But better that than a Krogan with a shotgun wandering the base. Think of all the casualties. Our MedPag couldn't handle it. Nice seeing you again, Major. Likewise. And Commander. Regardless of what the politicians decide, you can count on my support retaking Earth. You do that? Consider it my way of returning a favor. It would be an honor to fight alongside you again. Good day. Da haben wir ihn auch endlich wieder getroffen. Nachdem er in SF2 nur erwähnt wurde. The exchange is proceeding. You have clearance now to see the females, Commander. I hope we can resolve this matter without reenacting the Krogans rebellions. Thanks for your time. Of course. Proceed into the elevator when you're ready. Okay. Now take this elevator down and someone will... Alert. Threat condition 2 has been declared. Scramble readiness teams. What's happening? Sensors have picked up activity on the perimeter. Hurry, Commander. Someone will meet you below. Base personnel must remain on site until further notice. All specimens are accounted for, sir. Shepard. Excellent timing. Good to have you here. Morden. Eyesight still sharp. Surprise understandable. Hadn't expected to return to work. You're back with STG? Special consultant. Had to be me. Someone else might have gotten it wrong. Helped female Krogan. Fed information to Clan Erdnot. Encourage political pressure to free female. You must be Rex's inside source. Yes. Can explain later. Security warning's not normal. Need to get off world for sake of Krogan. Females had weakened immune systems. Side effect of Malan's cure. These... Didn't survive. Sie haben ihr bestes getan. I'm sure you did everything you could, Morden. Arrived too late. Cannot delay now. One survivor, immune to genophage, can synthesize cure from her tissue. She's still here? Yes. Last hope for Krogan. If she dies, genophage cure... problematic. Please be careful. Krogan slow to trust. I'm Commander Shepard. Alliance Navy. Are you here to kill me? That would serve no tactical purpose. Birdknot Rex and I are here to take you home. Why? What am I to you? Sie sind die letzte Hoffnung der Kroganer. You're the future of the Krogan race. I'm fighting for that. Then I hope you brought an army. Alert. Identified missiles have breached the perimeter. Give me an update. Outbound communications have been severed. We're cut off. Secure all data to off-site location. What's happening? We have multiple ships inbound. Shepard, it's Rex. Cerberus troops are attacking the base. Get the females out of there now! Only one survived, Rex. It might be safer down here. What? So the Zolarian could kill her like the others? No deal. If you still want this alliance, get her out of there. Release the female. We're leaving. I can't. Protocol states during lockdown, no specimen. Objection noted. Now, please release Krogan. Need to monitor pot as it clears quarantine procedures. Meet us at next checkpoint, Shepard. Likely Cerberus opposes Genophage cure. You'll see T'Chunk here again. I promise. Get to elevator, Shepard! I promise. I promise. I promise. I promise. I promise. I promise. Something's wrong with the elevator. It's not responding. There. Try it now, Commander. Oh shit. Mom! Get back! This is the time to delay, Commander. Is there another way out of here? I can open it from here. Was there not anything else? Shepard. Cerberus force is trying to locate female. Quarantine checkpoint under attack. Hurry! Shepard. It's Rex. I took the shuttle. Do whatever it takes to get the female up to the landing pad. I'll try to make life miserable for Cerberus.